Hallo Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's VoliWorld. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Taniro LP. Der einzig wache Taniro LP. Ja. Mit der grünen Mütze. Ja, die niemand sieht. Genauso wie meine rote Mütze, die auch niemand sieht. Also, wir stehen vor dem letzten Level von Welt 4. Ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob klappt mir schon die fünfte Welt ist. Nein, noch nicht. Aber gleich. Aber genau, gleich. Auf dem wir den Boss, die dieser Welt besiegt haben. Und zwar ist es kein anderer als Audrey. Held ab. Ihr wisst schon Audrey. Hm? Ihr wisst schon Audrey. Ja, die, die Yoshi's... Oh, Moment. Ich habe das heute geholt. Ich sollte doch hier das umhören. Ja. Für alle, die die Yoshi's Island gespielt haben, Ihr wisst natürlich, wer Audrey ist. Okay. Ich weiß es, ich weiß es selbstverständlich, wer Audrey ist. Was weißt du, wer Audrey ist? Und wir wirst es gleich sehen, wenn wir da sind. Okay. Er wird machen. Allein macht. Und aus diesen Spuren, wer werden möchte, gerne platzliegen, die man dann verschlucken kann. aber wir haben vor dem easy mode und zwei klären und ja und sich alles hier durchschummeln ist auch eine wollbox mit style machen das hatten wir zeit zu tun einen lebenden joshii irgendwo hin zu werfen das ist eine piranha pflanze die müssen wir umbringen ich habe keine wolle da haben kann es nicht nichts werfen wenn du im wasser bist weil sie war noch nicht da ich muss mir die wolle holen wirst du mich abwerfen da warte du kleiner da war ich die abtreibung des lebens ich bin gleich da da gibt es ärger mein freund diese achte jetzt mal auf diese spuren hier und was sie gesehen ja das ist ja noch mal war zum teufel die setzt sich wieder zusammen hast du gesehen das habe ich mir gedacht das sind keine das überleben nur wir dürfen überleben auch wenn wir das manchmal nicht tun aber wir werden überleben nein ich wollte gar nicht die weg ich bin doch alle nämlich wollen sagen hier sehe sie meinen joshia an der schwarze leuchten noch mit diesen schwarz gut aussehen und gut gebraucht ich habe keine ahnung was gut gebräumt und aussehen ich öffne die tür wir kommen jetzt sowieso nicht mehr zurück deshalb wieder dieser point of no return aber mal in diesem spiel hier müssen wir nie was bekommen vorsicht möchte gerne pflanzen in sowas menschlos alt mit werden werden daraus eine zufällige weise und tantorani erst wenn sie sich evalieren den gesehen ich weiß wie gesehen alles weiß also italien als italienische flagge zusammensetzen ich musste mal wieder italien reisen tatsächlich 1 muss ich dir sagen die italiener machen verdammt gute nudeln das ist doch nicht einfach so sterben ich lasse sie nicht einfach so sterben da habe ich zu schieben mich zu schieben immer weiter und reden ich darüber werden niemals darüber reden große wolle kaufen nein die stecken meine herzen ein blume das war alles ja es läuft erstaunlich recht gut erstaunlicherweise recht gut so sagen ich glaube ja wasser müssen es weitergehen gebe weiter und reden nicht darüber sammeln ein paar herzen schnell ach so ja genau der unterirdische röhrensystem natürlich weil wieso auch nicht ich bin gleich besiegen doch so kann man nicht besiegen gibt es nicht genau wir müssen alles töten man kann alles mit den richtigen waffen können wir alles töten mit den richtigen waffen töten wir alles da wollen da sollten wir nicht lang durch die grüne gerichte die dunkelgrüne röhre ist die richtige blauen beste aller farben dunkelgrün verprügelt die dunkelblaue farbe also haben wir dann wollen wir schon gedacht ich weiß mal auch da kann man gar nicht da oben ach so ja jetzt habe ich es gesehen alles klar das letzte wurde schnappt sie dir auch wenn ich an unseren kollegen das ding sehen na warte mal da schon durch man war aber warum da ist der muss nein wir kommen nicht mehr zurück da war es dann wohl aber wir haben alle wolle und wir haben noch 20 herzen beruhigen sie sich ich werde jetzt die tür aufmachen und dann werden wir auch immer kennenlernen dann sagen wir mal hallo zu ordre wir haben beide keine wolle wir werden gleich wolle bekommen da lass dich drauf ich will aber jetzt wolle haben ja hallo ach wir bewegen uns noch alles klar hierhin ich möchte nicht mit kämpfen bin ich da hey schäm mich nicht so ja wirklich sehe noch nix wie könnt ihr es wagen wenn wir überhaupt so weit zu kommen wie könnt ihr nur fütterung ist zeit es gibt joshi jetzt sagt hallo zu audrey da ist audrey was new kam ein smash ok komm dann warst du für mich ok jetzt hast du mich getroffen hin au au dafür müssen wir da oben schließen nein wir müssen die bomben in seinen maus schießen ich habe schon gar keine bombe Napereine das audrey zu 20 du accelerating to 같은데 haha aber ha복 ach jaja hat sagt klassische Mario Kart Musik. Super Mario Kart. Nimm das, Audrey! Ah, dieses Mist. Ah, ich war da sicher. Die beide gerade so voll konzentriert und dann... ...gibst du einfach nicht. Oh, was? Naja. Das müssen wir laufen können, aber okay. Das hätte besser laufen können, aber wir haben es geschafft. Das wäre das beste Mund, aber deine Schuhe sehen da irgendwie aus, als würdest du irgendwie in so Donuts. Jetzt würdest du irgendwie in so Donuts reintreten und dir als Schuhe tragen. Hey, sag nichts über meine Donuts-Schuhe. Schön. Sag nichts über meine Donuts-Schuhe. Die sind schön. Die kann ich selber essen. Naja. Schuh-Donut. Einen neuen Trick-Anstecker. Gibt es irgendwann mal einen Anstecker, der uns sagt, wo die ganzen versteckten Sachen sind? Keine Ahnung. Oh, hey! Oh, Piranha-Fanzen. Piranha-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Das war für dich. Ja. Ich meine, der ist grün. Da bin ich sogar. Das kam ja. Komm, die stoppen bei uns. Oh, Schnee. Schnee! Oh mein Gott, ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. So, komm her. Okay, zwei Dinger fehlen. Okay, machen wir mal. Welt Nummer 5. Ja. Okay, machen wir mal. Eine Eiswelt los. Welt Nummer 5. Gläubig. Oh,va. Mopgo. Super 2 Dinger. Und jetztcuadro 15. Ja, Flaus Schneeballeffekt. Und jetztbericht. Hierin ist ja alle wirkt. Oh, du ziehst Items magisch an. Ich war das. Oh.. Oh, dasiin. ok ich habe auch spanisch gezählt ich wollte gerade wirklich spanisch gezählt du kannst doch gar kein spanisch nur die fünf zahlen auch nicht und wir kommen wir kommen an schon direkt stirbt und was ja so ein steg ich ziehe items manche stegos können nicht besiegt werden müssen in einem anderen stegung hinein fallen ich möchte irgendwie wären hat aber den stehball zum ich anbruch jetzt durch möchte ich selber die größer größer ist nicht groß genug damit nehmen noch kann man gar nicht mehr oder dann immer noch mal mit dem schneewein also ich bin ein riesen verdammt alter wie groß der einfach ist da hat wohl gefunden da muss doch wohl daneben gefällt ich richtig ja vorsicht heuer heuer in der garderobe hilfe hier vorher in der eiswelt aber dann kann ich mal lecken auch vorher millionen aber mehrmals mit den feuer melonen können wir das machen können insgesamt dreimal machen mehr vorsicht feuer aber sollten schmelzen ein bonus dann werden wir da schnee schaufler keine ahnung werden motorrad ready go bei uns spieler das ist eine helfe gegen singer aus das racing plus transport keine ahnung da war noch was ich glaube ich nicht mehr neu schaden nein nein wir nicht dann starten der ganze level neu die rote ranger ja ich bin der schwarze ranger das ist ein schwarzer oder ein asiat je nachdem ein asiat schwarzer asiat leute wir haben den schwarzen power hinter schwarz gemacht was machen wir hin dagegen wir machen jetzt den gelben wir machen jetzt den gelben power hinter der freie asiat warten schwarz und jetzt im schwarzen machen wir müssen noch hier die ganzen stehwelle umfahren dann machen wir noch mal durch das ist jetzt kommen wir nicht mehr zurück wir konnten noch bis jetzt immer zurück wie weit sie verschränkt diese level weil da kommt hier ja verpasst der 1 in dem rennkurs und von der zeug ja da ok schon sagen da sind die münze das gewählst du bestimmt auch wieder eine münze ich habe die eigene kaputt machen ja kann man dann sagen kann man da rumschießen ja wir kommen wir machen jetzt mit den rennenkurs da gehen wir zu schnell ich weiß gar nicht wie wollen da waren gleich gesehen ich mache das bleiben einfach hinter mir macht nichts außer springen und fahren hier und alles andere die sind gar nicht mehr da wenn man einmal einsammelt haben naja da war ich schon okay nein darum es wollte da war das sieht aber aus als könnte man irgendwie von oben so runter zu wissen ob es gut i come on here isn't you nobody making power rangers rangers das war die zweite wolle gewesen und da war noch was ich denke mal da kommt man so genau genau so kommt man dahin und ich glaube dann kommt man noch eine wolle also noch mal und es macht ja spaß wir schaffen das gibt uns noch nicht auf die zweite oder dritte jetzt das war die wurde gewesen du kriegst mich niemals lebend war mal ganz spiel machen ja ich sage du kriegst mich niemals leben ich glaube ich glaube auch dass diese gewählen die in eis sind wahrscheinlich eigentlich zum teil münzen sind und ich sage das jetzt nicht weil ich jetzt nur eine runde fahren möchte okay ich möchte noch eine runde machen das war spaß hier wird spaß groß geschrieben das gesicht ein glück dass unsere gesicht hat den auftrag abgeschirmt haben ja ja nur gut dass der bürger steckt ist wird auch bei gedämpft hat möchten wir schon wieder da bin ich bin nein nein da müssen wir sind vorbeigefahren halt wir fahren nicht ins ziel ich weiß mal jetzt zu tun dass ich weiß es jetzt jetzt weiß ich das geht zu schnell ja irgendwie schon was sie ist noch mein gesicht wie gut dass die eisbehörde bekommen wirken den hauftrag gedämpft haben ja auf zum spion mobil das war keiner davon wir haben es geschafft so jetzt aber wirklich wir gehen jetzt weiter da sind eisblöcke drauf wundert dass wir da nicht reinkommen ja muss aufpassen ich würde dich verbrennen auch wolle da ist die dritte wolle war lang das wäre glaube ich die beste idee anstatt sich mit diesem steg um zu ärgern jetzt wieder stadt mit dem was mein freu folge claus das war immer noch da waren das ist doch und das ging jetzt aber dass es gibt nur ein wie ich das dann aus zu finden los machen ja was und wir wissen was auch unsere geheimen technik ein renn weg ja wir sitzen jetzt jesus geheime technik nein 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 ich habe schon den magnet würdest du bitte danke und jetzt lass mich ruhig nämlich durch ich habe den magneten lassen sie mich durch ich bin arzt sind sie mich ab ich bin durch ja komm schon da muss man einmal um nein doch ich weiß wie er würde draußen wir sind hier produktiv zu sein okay ja damit durch ich muss nur durch das ist auch da noch eine wolle gewesen ja ja du glaubst ja auch da habe ich euch der entspannten muss ja wir sind noch keine noobs ich habe einfach nur pech lauf lauf nein die ich darf hätten voll entspannt zurücklaufen können einfach wir könnten hätten die wollte nicht mehr einsammeln können das spiel sind die größten noch war ich habe punkte auf einer nase du siehst echt nicht gesund aus ich habe die windpokken umgekehrt wir haben alle blumen noch eine wolle wut trauer erniedrig um das ist Das ist so. Nein, meins! Feiner. Verdammt. Ich habe gewonnen, fair und ehrlich. Wie viele Minuten haben wir? Zu viele, ne? Na gut, ich würde mal sagen, das machst du dann für diesen Part. Oh, und alle Trägerstücke sind umsonst aber nur keine begrenzte Zeit. Und wir hegen jetzt noch mal eben ein Yoshi zusammen. Das ist? Geil, das Blau! Winter Yoshi wurde wieder zusammen gehackt. Und nächstes Level. Weißt du was? Bevor wir den Part wenden? Ich bin ein blauer Yoshi. Sehr gut. Ich bin ein kranker Yoshi. Ja. Mit Windpumpen. Und umgekehrt. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. z